Hallöchen, 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 ganz willkommen zurück in Borderlands mit der mal wieder dreilöchrigen Lü... Hi, es passt doch zum Hintertürchen, oder? Ein dreilöchriges Hintertürchen. Genau, und im Hintertürchen sind wir. Und wenn wir hier runterspringen, kommen wir nicht wieder hoch. Oh nein, ich geh zurück. Spring nur mal. Hui! Oh. Oh. Wow. Was für ein Auftritt für uns. Ja. Okay. Ach. Vernicht er. Ludmilla. Nein, Tennis. Ach, musste ich vernichten. Nee, das ist die Stihl. Nee, das ist Tennis. Nein, da oben stand sie. Stihl ist das. Königliche Lensgarde. Siehst du, das ist ihr Gefolge hier. Okay. Meister McLeod. Nächstes Level, doch nicht jetzt während des Kampfes, verdammt nochmal. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Okay, der ist down. Ach, da ist er, Meister McLeod. Oder McLeod, so. Wow. Alter, machst du fiesen Schaden. Jawoll. Ach so, das war's schon. Okay. Das war's schon. Eine Cannon hast du gekriegt. Die 101110 Cannon. Mhm. What? Ich sammle einfach nur einen hier jetzt. Was macht die denn, die 100000111? Die macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Echt? Und hat unendlich Munizim. Was? Was? What the fuck? Warum stürze ich mich da nicht drauf? Was ist los mit mir? Du glaubst doch wirklich. Soll ich mal eben nochmal skillen. Oh Mann, wie doof. So. Arsness, da gehen wir jetzt hin. Ich initiere eine Reise, bist du bereit? Ja. Ich bin noch im Menü drin, jetzt kannst du. Okay, ich wollte gerade sagen, da stand nämlich, du bist noch im Menü. Habe ich da gerade gesagt, ich glaube im Menü. Crimson Fastness, okay. Ah. Dann brauche ich irgendwas? Verkaufen auf jeden Fall. Hallo, du brauchst immer reinspaziert. Ach, hier können wir, okay, schnell reisen. Du könntest dich mal heilen. Nö. Ja, mach ich gleich. Guck mal, so schießen. Boah. Alter. Oh Mann, ich will die auch haben. Aber wenn du dich langsam. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil dich. Heil mir, meinst du? Ich hab noch so viel Schrott dabei, ey. Brauchen wir nochmal ein größeres Ding. Zack. Zack. Und Medikit. Nein, nicht verkaufen, kaufen. Medikit kaufen. Oh, größeres Medikit, cool. Genau, das hab ich mir auch mal eins mitgenommen. 560 geht sogar noch. Heil dich. Ja, ist ja gut. Hast du langsame Gesundheitsregeneration? Ne, ich hab sehr schnelle. Sehr schnelle, ah ne, dann will ich das nicht. Okay. Achso, ich sollte mich heilen, hast du gesagt. Ja, bitte. Manchmal hör ich auch. Ich will diese Waffe haben. Guck mal, was die so macht. Ja, schade. Ach, das ist wieder ein Geschütz. Alles klar. Scheiße, weil ich mich treffe. Ah, jetzt hab ich mich treffe. Ja, danke. Und warum immer in der Deckung, verdammt nochmal. Bin ja schon da. Ah, danke schön. Und tschüss. So. Standst du da im Weg? Tschüss. Deswegen kannst du auch trotzdem schießen. Energie aufgeschafft. Was? Deswegen kannst du auch trotzdem schießen, oder nicht? Ja, aber nicht durch, ich durch. Nein? Nicht durch mich durch? Nein. Okay. Ist der weg? Der geschützt? Nö, ist er nicht. Oh, hier liegen Claptraps rum. Die sind alle zerstört. Komm, das schaffe ich jetzt. Das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich, das schaffe ich. Wieso? Ach, okay, das gilt nicht, wenn man ein Geschütz betötet. Ach so. Ach, super. Verdammt. Du bist aber weit vorne hier. Oh mein Gott, ich habe ein Leck. Ich glaube, ich bin Lecker. Ach, dankeschön nochmal. Oh, der Wein. Ach, ich feier das gerade so ein bisschen hier, die ganzen Claptraps hier. Reparaturkit. Nein! Wie oft? Doch. Nein! Oh scheiße, wie viele liegen denn hier rum? Wir brauchen aber nur eins, glaube ich. Das ist irgendwie in diese Richtung. Aha. Da sind aber auch noch mehr. Moment, ich muss mir eben kurz... Quatsch. Ich muss... Ich bin im Menü drin. Ich wollte mich heilen. Oh Gott. Du hast dich selber getötet. Wow, du hast dich selber getötet? Ja. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe geschossen gegen dich und ich stand so nah dran. Ach so, also bin ich schuld. Und, komm hoch. Ja, gut. Ach, der ist tot. Nee, der ist noch nicht tot. Aber der hat da überhaupt keine Gesundheit mehr. Aber schön. Huch. Der ist weg. Was ist das? Der auch. Heil dich, warum? Ja, hier ist noch einer auf der Ecke. Oh nein, warum immer dann, wenn ich die nicht erschießen kann? Alter, jetzt ist es aber gut hier. Halt. Ja, Feuer frei, sag ich auch. Und tschüss. Das ist aber verdammt schwer zu treffen. Das darf doch nicht wahr sein. Machst du denn? Erst. Machst du denn. Äh. Danke. Das kann man nicht angehen. Ach, ist auch nicht besser. Ach, da unten ist das Reparatur-Kit. So. Jetzt würde ich nur gerne auch wieder hochkommen. Ach, hier ist eine Treppe. Oh, hier ist eine Treppe. Ja. So, dann gebe ich eben das Reparatur-Kit beim Clappy-Trap ab. Aber da liegen noch so viele. Ja, aber nur einer will ein Reparatur-Kit. Ach so, die anderen, die... Der blaue. ...können schon nichts mehr. Inventar-Upgrade! Oh, ja, ich auch. Gott sei Dank. Ich habe es auch gekriegt. Sehr gut. Ach. Cool Loot für uns, oder? Hier schwebt was in der Luft. Ah, hier macht er eine Tür auf? Ja. Geh weg! Nein, ich! Ah! Ah! Ich! Ich! Geh auf, du blöde Kiste! Verdammt! Ich wollte die blaue. My no. Oh, ich glaub's doch wohl nicht. Warte mal, ich gucke mir das jetzt erstmal an. Oh, verdammt, ey. Das kann doch nicht angehen. Äh, oh, das nehm ich sogar. Oh, ey, ich krieg hier nur Schade. Das glaub ich doch echt nicht. Warte mal hier. Guck mal hier, das kann sie haben. Oh, jetzt, jetzt sortiert er aus. Jetzt sortiert er aus. Das kann sie haben. Und das kann sie haben. Heute wird jemand geröstet. Ich weiß auch schon wer. Das kann sie auch. Damit hab ich nicht gerechnet. Mach du mal. Ich verkaufe die Sachen alle. Mach das. Wetten, die sind alle besser als meine Sachen, die ich jetzt gerade aufgenommen habe. Wie kann ich nur, wie kann ich nur mir diese Schmach antun, diese Sachen auch noch aufzuheben? Warum tue ich sowas? Weil ich's brauche. Was ist das? Ich weiß gerade nicht, wo wir hin müssen. Ist das hier der richtige Weg? Wer weiß das schon. Ah ja, ist der richtige Weg. Kommen Sie und heilen Sie sich bitte. Nö. Bin trotzig. Ich hab dir doch viel gegeben. Ja, den Müll hast du mir gegeben. Das ist überhaupt kein Müll. Doch, das ist Müll. Sonst hättest du dich da nicht weggeschmissen. Ach, schüss. Mach zu, genau. Warte. So. Alles deine Richtigkeit. Sehr gut. Volle Deckung. Der hat sich schon wieder aus Blaus genommen. Ich glaub's doch wohl nicht. Kann das sein, dass ich sauer bin? Nein. Nein. Ich bin nicht sauer. Okay, dann spielen wir Battlespiel 1 zunächst zusammen. Hahaha. Entschuldigung. Kein Problem. Mach mal. Ich meinte auch die Zuschauer, nicht dich. Hä? Wahrscheinlich müssen wir hier unten. Ah ja. Oh mein, ich schissen. Hallo. Hallo Tennis. So, wir suchen eine Echo-Konsole. Den Schrott. Ich find hier nur den Schrott. Ich find hier nur den Schrott. Ich glaub's aber nicht. Ich hab ein Medikin entdeckt. Ich hab ein Medikin entdeckt. Verdammt, jetzt hab ich mich doch geheilt. Nein. Das ist... Ah. Schreib mir den Soa. Ah. Oh, hilf. Jetzt stehen die sich gegenseitig im Weg hier. Oh, dieses scheiß Gatnam geschützt. Alter, verdammt. Ja. Alles okay? Ja. Noch ja. Meint ihr auch? So. Ja. Prima. Alles läuft, ja? Ja, ja. Habt ihr was Blaues gefunden oder was Lilanes? Nee, leider nicht. Verdammt, das tut mir jetzt leid. Ja, ne? Mist. Hier ist die Echo-Konsole. Klar. Lizzie. Ja. Die Echo-Konsole. Ja und, soll ich die jetzt drücken? Ich kann sie sowieso nicht drücken. Nee, ich drücke sie. Wir müssen Transmitter-Konsolen reaktivieren. Schön. PS4. Das müssen wir hier aber raus. Geht hier was auf oder so? Wie kommen wir denn jetzt weiter? Ah, es geht auf. Ach, hallo. Die Herren. Oh, ich stehe wieder. Ihr traut euch was. Und wieder weiß, nein, nein, krass. Warte. Ah, heile. Heile, heile Gänse. Nein! Ich bin gleich weg. Und tschüss. Weil ich hier niemanden treffen kann. Ich wollte dich doch heilen. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Moment, no, Lizzie, sei nicht so. 39.000 hat's ja nur gekostet. Ist ja nix. Ah. Also blöde Kuh. Ja, hier. Wo ist mit dir los? Wo ist los? Ach, ja. Ah. 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 Und tschüss. Tschüss. Oh, eine Granate. Na super. Das war jetzt genau das, was ich noch haben wollte. Eine Granate von D2. Auf die Beine, Soldat. Oh ja. 74. Ach Quatsch, das ist keine Beute. Das ist Dreck. Mann. Oh, ich nehme das Auto. Ich nehme das Auto. Ich darf das Auto haben. Was? Kann man die Auto fahren? Nein, kann man nicht. Oh, das ist so ein Panzergeschützteil. Cool, ich will das fahren. Ich will das fahren. Verdammt noch mal. Menom. Ups. Das tut mir leid. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das war halt gerade da. Ja, natürlich. Das ist mir schon Gang gegangen. Ja. Du konntest gar nichts dafür. Das hat dich gezwungen, es zu nehmen. Ja, was soll ich denn machen? Es liegen lassen. Mein Job. Aber ich kann es doch nicht einfach liegen lassen. Crimson Lens Enklave entdeckt. Sehr schön. Die Mini brauche ich keine. Irgendwas kämpfen die da? Weiß ich nicht. Die Gesetzeshüter kämpfen gegen irgendwas. Oh, aber auch gegen uns. Mhm. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Willst du noch mit? Ja, ich verkaufe gerade. Ach so. Wusstet ihr, wenn ich dachte, du dich da jetzt schon so reinstürzt? Ja. Ich dachte. Ein Erzwächter. Ja. Wie sieht der denn aus? Der hat ja was. Sehr seltsam. Na. Hier ist ein 517er Schild mit leider nur langsamer... Ja, ja. Bevor ich jetzt hier so gar nichts kriege. Vielleicht ist das ja was für dich. Aha. Wow. Genau. Genau. Cordai. Wasser. Wasser. Wer. Wasser. 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 knock. Wasser. Wie viele sind das denn hier? Ist das jetzt wohl hier? Ach guck mal was du da blaues kriegst. Was? Das ist ein Granatenteil, Dingsbums. Wir sind völlig falsch gelaufen, Dingsbums. Also, ich. Ich sag mal nicht wir. Du willst ja bloß nett zu mir sein. Wir können eh die Folge beenden. Wir starten dann eh wieder hier neu. Okay, das sieht aber interessant aus. Wir müssen dann wahrscheinlich noch mal gegen den Wächter kämpfen und so. Ah ja. Aber ich muss jetzt leider los, deswegen müssen wir die Aufnahmen beenden. Die Aufnahmen? Genau. Meinst du wir landen wirklich jetzt wieder hier? Ich denke schon, weil das war der letzte Übergang, den wir gemacht haben. Dann müssten wir eigentlich wieder hier landen. Das da vorne war nur so ein Respawnpunkt, aber das hier müsste auch so ein Speicher. Okay. Solltest du dich noch mal heilen vorher? Äh. Ja, ich glaube schon. Warte mal. Damit du voll gestärkt in die nächste Session gehen kannst. Ja. Das ist ne gute Idee. So. Mh. Lecker, lecker, lecker. Oh verdammt. Machst du? Nichts. Ich hab nur versehentlich F gedrückt. Achso. Ich bin in die Luft gegangen sozusagen. So. Okay. Nachgeladen ist auch nochmal. Gut. Dann können wir. Dann können wir. Machen wir Schluss. Machen wir Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Biba Borderlands mit der dann hoffentlich wieder mir wohlgesonnenerin Lissi. Ich arbeite an mir. Macht's gut. Tschüss. Alles Liebe. Tschüss. Alles Liebe. Alles Liebe.